Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Home Sweet Home. Wir sind ja das letzte Mal genau bis hierher gekommen, wo die weinende Frau gewesen ist. Und ich hoffe nicht, dass sie jetzt reinkommt. Und was hier liegt. Ja, also ich kann es nicht lesen. Falls ihr es übersetzen könnt, bitte schreibt es mir in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir gucken mal, was da auf... ...was hier so steht. Okay, na gut. Das wird wohl eine von den Puppen sein, die da drüben drinnen liegt wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal behaupten, denke ich. Oder auch nicht. Oder das sind die beiden Puppen. Ja, zur Stellung sage ich jetzt mal gar nichts. Ne. Ne. So. Ist hier noch irgendwas interessantes? Nein. Nein, ist es nicht. Ich habe keine Angst davor, durchzureden. Warum verstehe ich mich überhaupt. Ich steige mich an. Ich steige mich an. Es ist niemand hier. Hier einfach. Genau. Da ist keiner da. Da ist keiner da. Da ist keiner da. Da ist kein Mensch von Leut gekehren. Das geht zu dem Hör. Das geht zu dem Hör. Das geht mir mal. Das geht mir mal. Das geht mir mal. Nur vorsicht selber. Nicht das inzwingen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Hallo, ich bin hier. Was? Ich höre nichts. Das war echt ein Lärm. Geht es nicht leiser? Das musst du doch hören. Das hat mich vor... Ich hätte mich doch auch gehört. Als ich nichts gemacht habe. Aber nein, dieses Mal hört sie mich nicht. Shit. Da kommen sie durch die Wand, die Alte. Ihhh. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Geh. 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 Geh, jetzt gehst du wieder hier rein, oder was? Ich hätte nicht so lange warten sollen. Und genau dann, wenn ich alles... ...meine Arsch zusammengekniffen habe und loslaufen wollen... Nee, da kommt sie wieder nicht die Wand. Und du? Geh, ist noch nicht mehr, ich weiß es. Ich muss jetzt hier mitlaufen. Weiß nicht, ob ich es wagen soll. Ich habe Angst. Ich habe Angst, ich will nicht aus meinem Verstück raus. Ich sterbe einfach hier drinnen. Ich bin mir nie so sicher, ob ich die... ...die gerade ist. ...gegen zuelchen. ...gegen zuelchen. Gehen zuelchen. Wie... ...die soll noch nie wiederkommen? Kein. Oh Gott. Ok, es geht wieder um die Schuhe. Na ja, und es geht um... Satanistisches Zeug. Oh Gott. Oh, das ist ja nicht. Ja, kostenbar, ja, oder? Nö, das ist ja nicht so. Ich habe Angst, das auch zu machen. Wenn ich dir zuzumache, kommt die bestimmt auch. Oh Gott, ich kann durch die Tür laufen. Ich werde das verzaugen, ob sie nicht herkommen. Hallo Klo. Oh Gott. Das ist aber schön tranquill. Oh Gott. Ich muss nur wissen, wo die ist. Wissen Sie noch mal ein Trickchen laufen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich sage Sie noch mal ein Trickchen laufen. Da ist noch eine Toilette, da gucken wir mal rein. Mal gucken, ob man hier vorbeiläuft. Die Fragen sind immer, ob sie nicht so spiel können. Hallo! Ich bin ganz frei. Hallo! 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 Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Ich bin ganz frei. Ich bin ganz frei. Ich bin ganz frei. Ich bin ganz frei. Okay, Entschuldigung. Was? Ich hab gar nicht drauf geklickt. Ich hab nichts gemacht. Ich hab der Radio nur angeklickt. Komm, guck! Tut mal was der jetzt macht, ob der da ewig stehen bleibt Jetzt gehts wieder Ich glaube ich hätte jetzt zurücklaufen müssen Ach, die Musik, ey! Ich werde jetzt gleich noch mal hin und ich habe jetzt noch mal rein Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr drauf Waren wir ab, das ist so eine Scheiße? Waren wir aus? Waren wir aus? Ja! Was ist denn das? Was ist denn das? Also wenn du das nicht hörst... Okay. Und wenn du rein gehörst, ja? Kein schlechtes Gefühl. Ist das dein Ernst? Ja. Ja. Im Lennon, in Crap with Magic Glitters. Sorry, danke. Fuck! Der Master, dammit, come on! Aufhe! Nein! Aufhe! Alter! What the f... Huch! Leute, wir haben... Gott, dame Himmel! Okay. What the f... What the f... Ich bin mit dir, Mann. Ich habe dich nicht in Jahren gesehen. Ich hoffe, du machst dir gut. Lass mich zurück, damit ich weiß, dass du nicht tot bist. In der nächsten Folge... Folge an. Und... Ich bedanke mich bei euch für das Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann werden wir uns mal umsehen in der nächsten Folge, was es hier so gibt. Oder... Ob wir jetzt wieder in der Realität sind. Oder... Was zum Teufel wir da drin gemacht haben. Und... Was das eigentlich ist. Und... Warum und weshalb. Und... Überhaupt nicht sowieso. Und... Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, Tag, Morgen und wie auch immer. Und... Tschüss! Ich rufe und mich vorannya... Schaff!